Kurz vor Feierabend, im härtesten Job Hessens, 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht, die Jungs aus der FFH-Comedy-Redaktion. Boris, warte mal kurz, der Daniel Fischer hat gerade angerufen. Die Eintracht, die spielt doch heute gegen die Engländer. Dazu braucht er noch einen Gag. Ja, da kommt er wieder früh. Habe ich auch gesagt. Aber hey, pass mal auf, Dirk. Ich glaube, ich habe sogar schon einen. Okay. Nochmal, für alle Eintracht-Fans, die zum Spiel heute in England sind. Egal wie doof dein Gegenüber ist, Gegenüber von Calais ist doofer. Der ist ja richtig schön. Fünf Euro in die Wortspielkasse, aber gut. Ich finde es auch gut. Ich habe aber auch einen. Pass mal auf. Was ist der Unterschied zwischen einem englischen Bier und einem deutschen Elfmeter? Sag mal, weiß nicht. Weiß nicht? Der Elfmeter geht immer rein. Boah. Der ist ja extrem stark. Ah ja, ist doch so. Aber jetzt habe ich eine Achtung. Tanz in den Mai ist zwar erst übermorgen, aber es wäre schön, wenn die Eintracht heute den männlichen Part übernimmt. Sag mal. Hä? Hä? Na, wäre doch prima, wenn die Eintracht führt. Alles klar. Ja, ja, ja. Nee, den finde ich Hammer. Langt auch. Muss mich aufs Spiel vorbereiten. Ja gut, komm. Mach mal Schluss mit lustig. Genau. Endlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.